Heißer Scheiß, den meine Nähmaschine kann. Hallo, ich bin Dr. Dr. Nähmaschine und heute zeige ich Ihnen den umfangreichen Lieferumfang der Yuki Kirai UX8. Dabei ist eine große Auswahl an gängigen Nähfüßchen. Der Standardfuß, Blindstichfuß, Reißverschlussfuß, Kankenfuß, der manuelle Knopflochfuß, der Geradstichfuß, der Überwendlingsfuß, ein offener Federfuß, ein Patchworkfuß, ein Quarter-Inch Patchworkfoot und ein Quillfuß für Ruler. Eine Knopflochfuß, außerdem einige Ersatzspulen, ein spaciger Schraubendreher, eine Quillführung, Ersatzgarnrollenstifte, Nahtrenner und Reinigungsbürste, Nadelset, verschiedene Garnrollenhalter, eine Zickzack- und eine Geradstichplatte mit Geradstichtransporteur, ein großer Anschiebetisch, ein Kniehebel, ein Fußanlasser mit zweiter Taste, eine Abdeckung für die Nähmaschine und eine super ausführliche Anleitung. Das kleinere Zubehör kommt in so einer stylischen Box. Es kann aber auch im Anschiebetisch der Nähmaschine einsortiert werden und hinten gibt es ein zweites Aufbewahrungsfach. Sehr praktisch. Was soll ich als nächstes zeigen? Lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen. Ihre Dr. Dr. Nena Schiene.